Auf geht's, PAKMAS Digital. Herzlich willkommen bei PAKMAS Digital, der Digitalisierungsinitiative der IHK für München und Oberbayern. Heute zum Thema, welche Software kann ich denn nehmen für meine Website? Dazu habe ich zwei Gäste hier in den Videostreams. Zum einen Gregor Ortega. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Und zum anderen Felix Simon. Hallo. Hallo. Mit PAKMAS Digital unterstützt die IHK für München und Oberbayern die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Digitalisierung und wir wollen Ihnen Anregungen geben zum Thema Digitalisierung und heute eben speziell zu dem Thema Website. Gucken Sie einfach mal auf PAKMASdigital.de. Dort finden Sie eine ganze Menge von Mitschnitten, von Webinaren, von Videos und auch viele andere Dinge, die Ihnen dabei helfen. Heutliches Thema, wie baue ich denn eine Website? Was brauche ich dazu? Eben mit den beiden Gästen. Herr Ortega ist von TCH Support. Was machen Sie denn bei TCH Support? Ich bin dort Geschäftsführer und eigentlich sind meine steckendwerte Systemadministrationen und Software mit Online-Applikationen. Danke. Felix Simon ist von der Cloudbridge Consulting GmbH, ist dort Senior Consultant und was machen Sie dort bei Cloudbridge? Genau. Ich mache bei Cloudbridge alles rund um die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb und konzeptioniere und entwickle mit den Kollegen ganzheitliche mehrstufige Marketingkampagnen für das B2B-Marketing. Also alles, was mit Landingpages und Leadfunneln zu tun hat. Meine Wenigkeit, Bernhard Kux von der IHK für Mün und Oberbayern. Ich organisiere zusammen mit Kollegen eben Packmas Digital, um Ihnen zu helfen. Das heißt, wir machen die ganze Sache für Sie. Was haben wir heute vor? Ungefähr eine Stunde haben wir Zeit. Zunächst wird Gregor Ortega uns etwas ganz Grundsätzliches sagen, wie denn das ist mit Content Management Systemen, der Software für Webseiten. Dann haben wir die Möglichkeit, Antworten auf Ihre Fragen zu suchen und im zweiten Teil übernimmt dann Felix Simon, der uns einen genaueren Blick auf WordPress geben wird. Warum WordPress wird sich im Laufe der Vorträge ergeben, warum gerade dieses Content Management System so interessant ist und vielleicht auch eine Option für Sie ist. Und am Anschluss haben wir dann wieder die Möglichkeit, Antworten auf Ihre Fragen zu suchen. Sie haben also die Möglichkeit, sich zurückzulehnen, einen Kaffee zu trinken und uns zu lauschen. Oder Sie haben eben die Möglichkeit, im Chat rechts uns zu sagen, ob Sie uns hören und sehen oder wie die Übertragungsqualität ist. Und zum anderen können Sie natürlich dann auch genau die Fragen stellen, die Sie durch dieses Webinar beantwortet wollen, wissen. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit, Sie einzubeziehen. Sie können jetzt an einer Umfrage teilnehmen und sagen, wie sieht es denn aus? Wie benutze ich denn Software bisher für meine Websites? Dazu starte ich jetzt eine Umfrage, wo ich Sie bitte, einfach abzuheben, was denn Ihr Ausgangspunkt ist. Ich sehe dann hier, wie die Umfrage sich entwickelt. Nutzen Sie ein kompliziertes System oder ein bisschen schwierigeres? Oder wie sieht es da aus? Weil es ist ja auch eine Budgetfrage. Ich sehe hier, wie sich das Kuchendiagramm entwickelt. Herzlichen Dank. Ich kann Ihnen nur zeigen, wie denn die Ergebnisse aussehen. Noch entwickelt sich ein bisschen. Also jetzt nochmal ran an die Tasten, dass Sie uns sagen, wo stehen wir denn? Ich zeige Ihnen jetzt die Ergebnisse. Also 63% benutzen ein einfaches Content-Management-System. Also das heißt, vielleicht WordPress, Joomla, Typo3 und ähnliche Dinge. Wenige sind natürlich auch eine Budgetfrage, ein komplexeres Content-Management-System. Manche auch selbst entwickelte Dinge. Und keine Website. Immerhin auch noch mit 9%. Das heißt, gerade Sie kriegen heute vielleicht die eine oder andere Anregung. Ganz zum Start eben durch Gregor Ortega. Da schalte ich jetzt um und habe ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten haben wir jetzt für Gregor Ortega. Ich bin für Sie als Gastgeber im Hintergrund. Also wenn Sie irgendwas auf dem Herzen haben, schreiben Sie es in den Chat. Versuchen, das dann aufzugreifen. Ich übergebe an Gregor Ortega. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt nach dem Mittagessen ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. Ich darf mich kurz vorstellen. Wie schon gesagt, mein Name ist Gregor Ortega. Ich bin Jahrgang 1995, derzeit auch noch Masterstudent an der Technischen Uni München und darf die Firma TCH Support seit 2010 mit begleiten. Was machen wir? Wir haben hier Systemadministration, Schulungen, Verbindung von Webseiten und Webshops und wir machen auch das Thema Datenschutz und IT-Checkup, heißt Auditierung. Was sind unsere Themen heute, die ich Ihnen mitgebracht habe? Einmal, wie ist die Grundlage eines Content Management System? Wie funktioniert das eigentlich? Was sind Ihre Vor- und Nachteile? Brauchen Sie es denn überhaupt für jedes Projekt? Dann schauen wir kurz über die gängigsten Systeme und dann als letzten Punkt, was mache ich denn, um vielleicht meine alte Webseite wieder flott zu kriegen? Oder wenn ich sage, ich möchte wechseln auf ein anderes System? Grundsätzlich nur, damit Sie das Prinzip verstehen, wie, was passiert, wenn Sie sich im Internet eine Webseite anschauen. In der Regel oder immer steht dahinter ein Webserver, den Sie ansteuern und der Ihnen die Webseite präsentiert. Jetzt wird es aber eigentlich, denke ich, bei fast jedem von Ihnen so sein, dass es nicht nur einen Webserver für Sie privat gibt, sondern dass Sie sich den mit vielen Kunden teilen, wenn Sie zum Beispiel bei Strato sind oder bei 1&1 oder was weiß ich. Und dann wird Ihnen, wenn man auf Ihre Website geht, wird Ihnen ein gewisser Bereich zugewiesen auf diesem Webserver und den schauen Sie sich dann an, heißt die Webseite. Schauen wir uns mal an, wie funktioniert dann das Ganze, wenn Sie kein CMS-System haben. Wenn Sie kein CMS-System haben, dann schauen Sie, gehen Sie ins Internet, auf die Webseite, sage ich jetzt mal ihkmünchen.de oder ihk.de und dann sehen Sie dort eine Datei. Und das ist meistens eine HTML-Datei, das kann auch eine PHP-Datei sein und diese Datei, die rufen Sie einfach aus und schauen sich diese Website an, wie Sie zum Beispiel auch einfach auf Ihrem Rechner eine Word-Datei anschauen. Das heißt, Ihr Browser, Firefox, Internet Explorer, etc. fungiert sozusagen als Betrachter von Dateien. Und die Dateien können viel sein. Das sehen Sie jetzt hier, das ist eine Willkommensdatei, dann ist eine Bestellungsdatei, dann sehen Sie jetzt hier allgemeine Geschäftsbedingungen. Das ist also einfach eine Webseite, wo kein CMS dahinter steht. Herr Otheger, darf ich kurz unterbrechen? Hier ist eine Frage. Was ist eine PHP-Datei im Unterschied zu CSS, HTML? Ja, das wird jetzt ja sehr weit füllen. PHP-Dateien sind Dateien, die serverseitig ausgeführt werden. Da können Sie zum Beispiel eine Programmierung auch reinbringen und eine CSS-Datei ist eine Design-Detail. Aber so weit will ich gar nicht ins Detail gehen. Ich kann nur sagen, es sind verschiedene Funktionen. In der einen Datei wird gesagt, so sieht die Webseite aus und in der anderen Datei wird dann zum Beispiel gesagt, naja, wenn ich diesen Button drücke, dann wird irgendwas übertragen oder eine E-Mail-Versand oder ein Inhalt dargestellt. Aber so genau müssen Sie das auch für den Anfang nicht wissen. Wie bearbeiten Sie denn Ihre Webseite, wenn Sie kein CMS-System haben? Wenn Sie kein CMS-System haben, läuft das folgendermaßen an. Sie haben diese Dateien auf Ihrem Computer gespeichert. Vielleicht müssen Sie diese auch erst herunterladen und dann bearbeiten Sie diese Dateien einfach auf Ihrem Rechner. Zum Beispiel diese Willkommen-HTML-Datei, die öffnen Sie dann mit einem Programm. Das kann etwas technischer sein, so eine Art Programmierung. Das kann aber auch relativ einfach sein. Vielleicht kennt jemand von Ihnen relativ bekannt Microsoft Publisher oder so. und dann bearbeiten Sie diese Datei und jetzt sehen Sie diesen blauen Pfeil, dann laden Sie diese bei 1&1 oder ich sage jetzt immer 1&1 bei einem Web-Poster hoch und dann haben Sie diese online oder Sie überschreiben die derzeitige Datei. Das heißt, die Bearbeitung erfolgt auf einem Gerät, auf einem Computer in der Regel. Wie sieht das Ganze als CMS-System aus? Das ist alles ein bisschen anders. Beim CMS-System haben Sie nicht einzelne Dateien wie beim klassischen Webspace, die Sie dann einfach aufrufen und sich darstellen lassen, sondern das Ganze ist eingebettet in ein System. Das sehen Sie hier in diesem hellblauen Rahmen. Und dieses System besteht in der Regel einmal aus Inhalten, die Inhalte sind dann immer auf einer Datenbank gespeichert und einmal aus einem Design und aus diesen beiden Komponenten entwickelt sich dann, grob vereinfacht natürlich, dann die Webseite. Die wird sozusagen generiert, die wird dargestellt und das ist der große Unterschied. Das heißt, Sie haben eine Generierung des Inhaltes. Was ist, wenn Sie dann im CMS-System Inhalte bearbeiten möchten? Sie müssen nicht auf Ihrem Computer irgendwas speichern. Sie gehen auf Ihre Webseite, auf dieses Content-Management-System, locken sich dort ein. Das nennt man dort dann in der Regel Backend und können dann die Inhalte dieses CMS-Systems bearbeiten. Meistens ist das in so Formularen. Das heißt, Sie sagen, ich möchte hier jetzt Titel X ändern und ich möchte vielleicht, dass jetzt auf der Willkommensseite was Neues steht. Sie sind nicht mehr willkommen. Dann können Sie das einfach online ändern. So, soviel zum CMS, zu den Grundlagen. Was sind jetzt dort Ihre Vor- und Nachteile? Das haben Sie vielleicht jetzt schon ein bisschen gesehen. Der große Vorteil ist natürlich, die Bearbeitung der Inhalte und des Designs sind in der Regel sehr einfach. Sie benötigen keine Programme. Sie benötigen keine Kenntnisse. Das heißt, Sie müssen sich auch nicht irgendwas hochladen. Sie können einfach online gehen, einloggen, bearbeiten. Sie sind da auch sehr flexibel. Und was für die meisten wahrscheinlich das Wichtigste ist, zu diesem CMS-System gibt es meistens so kleine Erweiterungen, Extra-Software von Drittanbietern. Und die können Sie sich dann, ich sag jetzt mal einfach, anstöpseln, installieren. Heißt dann manchmal Plugins, manchmal Extensions und so weiter. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie sagen, ja, ich habe eine tolle Webseite und jetzt bräuchte ich aber ein Videosystem. Ich möchte eine Videothek anbieten. Dann können Sie da eigentlich eine vorgefertigte Erweiterung einfach installieren und müssen nicht selber groß sich einarbeiten. Natürlich kein Vorteil ohne Nachteil. CMS-Systeme haben auch Nachteil. Und ein Nachteil können sehr wohl Kosten für Lizenzen sein. Das heißt, manchmal kostet ein CMS-System Geld, manchmal kosten auch diese Extra-Software kosten Geld oder auch Designs für das CMS können Geld kosten. Und das heißt, Sie müssen Lizenzkosten bezahlen. Das sind meistens nicht Millionen, aber es sind trotzdem Kosten. Und Sie müssen diese CMS-Systeme im Gegensatz zu diesen einfachen Webseiten deutlich mehr warten. Da gibt es Updates, da gibt es Sicherheitslücken und so weiter. Und was auch ein Problem ist, ein bisschen der Verwaltungsaufwand kann höher sein als bei einer kleinen Webseite. Das heißt, Sie müssen vielleicht sagen, ja, jetzt muss ich einen Mitarbeiter anlegen und der darf das und das machen und so weiter und so weiter. Das heißt, CMS sind ein bisschen, sind die nach Fall zu Fall auch deutlich komplizierter. Jetzt werden Sie mich fragen, naja, wann brauche ich das denn überhaupt und wann brauche ich es nicht? Und ich habe Ihnen jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht und der Grundsatz, den ich da immer sage, ist, es muss verhältnismäßig sein. Ich sage mal so, Sie haben eine kleine digitale Visitenkarte von Ihrem Laden vielleicht oder von einem kleinen Projekt, das sich auch nicht oft ändert. Dann würde ich sagen, nehmen Sie kein CMS, weil es einfach einfacher ist und weil Sie dann das Ding hinstellen können und dann ist es auch einfach fertig. Sie müssen sich nicht mehr darum kündern, Sie müssen nicht irgendwelche Updates installieren. Die Sache ist erledigt. Was ich auch sagen muss, CMS oder nicht CMS, weil das manchmal auch als Frage kommt, das hat nichts mit Aussehen zu tun oder ob das eine schick ist oder das andere nicht schick. Es kann beides total super sein. Es ist eine technische Frage. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich habe eine Webseite, die ändert sich oft. Sagen Sie zum Beispiel, Sie haben einen Sportverein und Sie müssen aktuelle Neuigkeiten haben. Oder Sie sagen, jetzt kommt eine neue Mannschaft rein. Oder Sie sagen, ja, jetzt nächste Woche haben wir unser Vereinsfest. Dann brauchen Sie ein CMS einfach, weil es einfacher ist, diese ganzen Inhalte zu verwalten in einem CMS. Stellen Sie sich vor, Sie haben da 10.000 HTML-Dateien und sagen, ja, jetzt muss ich Datei X für Vereinsmitglied bla 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 hochladen. Wenn Sie sagen, Sie brauchen aufwendige Zusatzfunktionen, Sie brauchen vielleicht irgendwie sowas, ich sag mal Videothek, Dokumentensystem, Analysefunktionen aufwendige, dann ist ein CMS auch sinnvoll und immer CMS notwendig eigentlich beim Thema Onlineshop. Aber ich muss sagen, bei vielen Leuten ist ein CMS da, bei Webseiten, die sehr, sehr selten verändert werden. Vielleicht einmal im Halbjahr oder einmal im Quartal und dann ist es aus meiner Sicht eher sogar nachteilig oft. Wie steht denn derzeit die Lage im Web aus? Da ist hier eine Statistik drin, Quelle V3-Tags und zwar ungefähr 40%, fast die Hälfte, 43%, haben gar kein CMS-System. Die haben also eigene Dateien oder vielleicht auch etwas Selbstprogrammiertes und dann sehen Sie jetzt schon, warum der Herr Simon von Cloudbridge später WordPress ansprechen wird. WordPress hat danach gleich den überwältigten Anteil, also der gesamte technische Systeme von 36% und danach kommen weitere Systeme wie Joomla, Shopify, Drupal, Squarespace. Das ist jetzt ein Baukastensystem und so weiter, die auch einen gewissen Marktanteil haben mit wenigen Prozent. Jetzt muss man sagen, sind die ganzen Systeme schlechter, die jetzt hier 2% haben als WordPress, nicht immer. Aber man muss sagen, dass für viele, für den Großteil der Benutzer dieses WordPress-System ausreicht. Das hat auch viele Funktionen, aber es gibt natürlich einmal historische Gründe und es ist auch so, dass man für manche Systeme einfach was anderes braucht. Ich nehme jetzt mal an, Sie haben einen riesen Verlag und möchten Ihre Zeitung publizieren und da müssen automatisch irgendwelche Seiten generiert werden mit Artikeln. Da wird der Herr Simon Ihnen mehr sagen, aber das könnte ich mir vorstellen, ist mit WordPress vielleicht etwas schwieriger. Sie sehen hier, ich habe es Ihnen gerade eben schon gesagt, hier sehen Sie nochmal schnell die Systeme, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und die dunkelblauen Systeme, das sind Baukästen, die werden je nach Definition auch als Content-Management-System angesehen. Baukastensysteme, das kennen vielleicht einige von Ihnen, das ist zum Beispiel 1&1-Webseitengenerator oder sonst was. Da können Sie schnell und einfach Webseiten machen und andere Systeme, das sind die hellblauen und dann sehen Sie die mit dem kleinen Einkaufskorb, das sind Shop-Systeme, die Sie speziell an Online-Shops wenden. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten Ihr CMS-System auswählen, wie sollten Sie denn am besten vorgehen? Und dort habe ich Ihnen einige Informationen hingeschrieben, Sie sollten vor allem Ihre Anforderungen anklopfen. Was muss ich haben? Welche Inhalte werde ich publizieren? Möchte ich vielleicht Dokumente haben, viele? Was möchte ich analysieren? Dann, ein großes Thema ist in der Regel automatisch generierte Seiten. Das heißt, Webseiten, die sich automatisch erstellen sollen, damit meine ich, wenn Sie, habe ich gerade gesagt, zum Beispiel einen Verlag haben und Sie geben in einer Software was ein und es soll automatisch eine Internetseite daraus rauskommen, dann ist das immer ein bisschen heikel. Und heutzutage fast der wichtigste Punkt ist das Zusammenspiel mit anderer Software, mit anderen Plug-ins, also mit Drittanbieter-Software. Also da müssen Sie immer darauf achten, kann das CMS-System das machen? Immer ein Punkt ist auch Support und Wartung. Manchmal gibt es CMS-Systeme, da können Sie bei irgendeiner Firma anrufen und können sagen, das klappt nicht, regelt das bitte. Und natürlich auch, wie immer, Design und Usability. Viele von Ihnen werden vielleicht ein altes System haben und werden sagen, ja, das habe ich noch in der Schublade unten drin und ich möchte das jetzt renovieren. Ich möchte das auf den neuen... ...als ist das Wichtigste, wird aber gerne vergessen. Und danach prüfen Sie auch in Verbindung mit anderer Software, mit Erweiterungen, den Aufwand dieses CMS. Und jetzt kommt auch was wichtig, auf den allerneuesten Stand zu bringen, auf die allerneueste Version. Das ist Schritt zwei und das ist der aufwendigste Schritt. Im Anschluss sollten Sie eine Testumgebung machen, wo Sie das Ganze dann einrichten. Meistens müssen Sie dann auch ein komplett neues Design entwickeln, weil das alte nicht mehr funktioniert mit der neuen Software und dann sind Sie eigentlich, wenn Sie das erledigt haben, fast fertig. Sie können dann noch Inhalte anpassen, wenn das notwendig ist oder sagen, naja, das muss ich noch ein bisschen was am Layout ändern. Wie machen Sie es, wenn Sie von CMSX auf CMSY umsteigen wollen? Zum Beispiel von Joomla auf WordPress oder Sie sagen von WordPress auf Typo3 oder auf Drupal oder von was weiß ich zu was weiß ich. Erstens auch hier Backup machen, zweitens auch hier Drittanbieter-Software prüfen, vor allem bei den Inhalten. Vielleicht ist irgendwas eingebunden, was nur funktioniert mit der Hilfe von Externen. Auch der Schritt wird bei Ihnen das aufwendigste sein. Und dann heißt es importieren, exportieren. Da gibt es manchmal Funktionen und wo ich eigentlich ein großer Fan bin, es gibt Fremdanbieter, die Ihnen das kostenpflichtig, nicht allzu teuer meistens übertragen. Das heißt, zum Beispiel sagen Sie, ich habe jetzt eine alte Joomla-Website, ich möchte die alles zu WordPress umziehen. Dann können Sie meistens diese Anbieter darum bitten. Die haben auch einen Support. Ich kenne nur eine oder eine ganz gute, das ist CMS-to-CMS. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Es gibt da viele bestimmt, die ganz sinnvoll sind. Ja, und das war es jetzt schon so von der schnellen Einführung. Genaueres zum Thema WordPress und anderen CMSs kommt ja dann vom Kollegen Simon. Und ja, ich hoffe. Ja, vielen Dank, Gregor Ortega, für diesen Schnelldurchlauf durch das Grundprinzip, der Content-Management-Systeme und wie man eine Website baut. An Fragen kam jetzt schon, was kann man denn tun, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte mir ein neues Content-Management-System aussuchen. Gibt es eine Checkliste, anhand derer man sich orientieren kann oder einen Fragebogen? Vielleicht hat er Simon, Herr Ortega, wer sich angesprochen fühlt, der sagt, wenn ich jetzt wirklich sage, nehme ich jetzt Typo 3, WordPress, Joomla, also insofern. Also, ich denke, ich fange mal an. Ein Punkt ist immer, was ich gesagt habe, was diese Anforderungen, was brauchen Sie? Das heißt, schreiben Sie sich ganz einfach, wie soll meine Website am Ende aussehen? Was soll Sie können? Das ist, denke ich, Schritt 1. Schritt 2 ist ein bisschen die Verwaltung. Möchte ich das, dass ich das zu zweit mache im kleinen Betrieb? Oder bin ich der große Konzern mit verschiedenen Abteilungen, die das machen müssen? Und Schritt 3, denke ich, dass es eigentlich auch nichts zu unterschätzen ist, vor allem auch ein bisschen der persönliche Geschmack. Und wie kommen Sie damit denn im Alltag zurecht? Kann ich das machen? Direkte Checklisten kenne ich nicht, was auch daran liegt. Sie haben jetzt da oben 10 CMS-Systemen gesehen. Es gibt auf der Welt sicher 200 oder 500. Es gibt kommerzielle, nicht kommerzielle. Also, ich denke, das wird schwierig sein. Da müssen Sie ein bisschen selber schauen. Herr Simon, wollen Sie was ergänzen? Aktuell nicht. Also, ich glaube, wie gesagt, das ist sehr vom Use Case abhängig, was man letztendlich mit der Webseite machen möchte und wie viel Zeit man auch für Pflege und Betreuung aufwenden kann. Da unterscheiden die sich auch ein Stück weit. Genau. Aber gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja, es ist ja auch so, die meisten dieser etwas einfacheren Content-Management-Systeme sind ja kostenlos oder zumindest die Lizenz ist kostenlos. Das heißt, man kann einfach ausprobieren. Vielleicht hat der Hoster, also der Dienstleister, auf dem die ganze Saar dann läuft, auch die Möglichkeit, dass solche Software gleich installiert wird, dass man es einfach mal ausprobieren kann, um ein Gefühl zu kriegen, wie die Usability einem selber behakt. Und dann vielleicht erst die Tests machen, um zu gucken, ah ja, das ist etwas, mit dem ich mich wohlfühle. Vielleicht kommt da auch so ein persönlicher Geschmack dann auch durch. Okay. Gibt es weitere Fragen? Gut, weil sonst eine Frage war noch, renovieren oder neu einrichten. Das wäre vielleicht eine Frage, die könnte man ganz zum Schluss nehmen, wenn wir den gesamten Überblick haben. Ah ja, es kann noch was sein. Ja, das ist vielleicht eher noch so eine grundsätzliche Frage. Ja, das kann ich noch sagen. Auf meinem Handy oder irgendwo in der Cloud. Ja, also diese Sachen laufen direkt auf Ihrem Computer nicht. Das ist kein Programm wie Word, was Sie nehmen. Sie können diese Software schon auf Ihrem Computer zum Laufen bringen, aber ich sage jetzt nicht out of the box. Ich kann Ihnen sagen, in der Regel brauchen Sie noch ein kleines Zusatzprogramm, damit Sie auf Ihrem Rechner arbeiten können, XAMPP. Und damit können Sie es dann zum Laufen bringen. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass Sie da einen Klick machen. Also eigentlich, diese Software ist schon für Web-Server gebaut. Und ein Computer, ein Betriebssystem ist halt kein Web-Server. Aber es ist grundsätzlich möglich. Und die Kosten, das nehmen wir auch mit zum Schluss. Haben Sie noch ein bisschen Geduld? Wir schauen uns jetzt WordPress ein bisschen genauer an mit Felix Simon. Dazu schalte ich um. Genau, beziehungsweise. So, jetzt haben wir es. Genau. Okay, Felix Simon. Genau, perfekt. Dann starte ich mal rein in den Teil über WordPress, dass wir uns das noch einmal genauer anschauen und ich Ihnen sagen kann, vielleicht auch für welchen Use-Case WordPress geeignet ist und was man damit machen kann. Ich gehe einmal durch die Vorteile des CMS, vergleiche es mal kurz mit Typo3 und Joomla und würde dann auch in eine Demo springen, um zu zeigen oder um den Eindruck zu vermitteln, wie das im Backend letztendlich aussieht. Vielleicht noch kurz zu mir. Wir hatten es ja kurz vorhin schon mal angesprochen. Ich bin Senior Consultant bei Cloudbridge. Cloudbridge ist eine Unternehmensberatung. Wir digitalisieren Marketing und Vertrieb. Das ist unser Slogan. Wir sind letztendlich der Ansprechpartner für die Digitalisierung im Mittelstand und bereiten dort die neuen Wege, sage ich mal, für die digitale Vermarktung von erklärungsbedürftigen Produkten. Also alles, was im ERP-Software-IT-Umfeld geschieht, das ist unsere Kernkompetenz da, gutes Marketing zu machen. Genau. Ich springe mal direkt rein, warum WordPress so beliebt ist. Wir haben es vorhin gesehen, dass 40% aller Webseiten auf WordPress laufen. WordPress hat unter den CMS ein Marktanteil von 63%, das heißt wirklich weit vorne und mit 4,2% ist Joomla dann das nächste größere oder meistgenutzte CMS dahinter. Das heißt, WordPress hat einen riesigen Vorsprung und daraus ergeben sich dann auch, komme ich gleich zu, die Vorteile von WordPress. Man kann also sagen, jede vierte Webseite läuft auf WordPress und pro Sekunde, das ist vielleicht noch eine ganz interessante Zahl, werden 22 Beiträge veröffentlicht. Wo kommt WordPress her? WordPress ist eigentlich ein CMS, ein Open Source CMS, was für die Bloggerbranche sich entwickelt wurde sozusagen. Also es ist groß geworden durch Blogger, und ist darauf ausgelegt gewesen, wirklich schnell einfache Seiten zu erstellen und zu bearbeiten, um eben Bloggern, die täglich News veröffentlichen, das Leben damit sehr einfach zu machen. Das ist aber eine ganze Weile her. Mittlerweile hat sich einiges geändert und WordPress eignet sich wirklich für eine große Anzahl an Use Cases und wird deshalb von vielen Herstellern verwendet, auch um die Webseiten zu betreiben. Da vielleicht mal ein paar große, namenhafte Unternehmen, die auf WordPress setzen, also zum Beispiel Ebay, Coca-Cola, UPS. Wirklich große Unternehmen, die hergehen und ihre Webseite mit dem CMS WordPress pflegen, weil es eben wirklich vielseitig und anpassbar ist. Vielleicht zu den Vorteilen, dann kann man sich, glaube ich, schon ganz gut ein Bild darüber machen, für welchen Use Cases zum Beispiel für sie geeignet wäre. Vielleicht das Wichtigste, durch den großen Marktanteil von WordPress hat WordPress eine große und wachsende Community, die dafür sorgt, dass es zum einen eine stetige Weiterentwicklung gibt und zum anderen, dass in extrem vielen Foren zu allen möglichen erdenklichen Problemen, die mit WordPress entstehen können und auftreten können, geschrieben und diskutiert wird. Das heißt, man hat da wirklich eine breite Community, wo man seine oder wo man viele Informationen zu verschiedenen Problemen finden kann. WordPress kommt auch daher mit den Plugins, davon lebt es sozusagen ein Stück weit. Also es gibt wirklich zahlreiche funktionelle Erweiterungen, womit extrem viel auf den Webseiten möglich gemacht wird, die wirklich einfach zu installieren sind. Wir hatten es vorhin schon, da gibt es wie einen App Store, wo ich mir die Plugins runterladen kann, installieren kann. Teilweise muss man dafür zahlen, manchmal sind sie auch kostenlos und die geben einem dann wirklich einfach den Zugang zu viel Funktionalität auf der Seite. Außerdem gibt es bei WordPress sehr viele Design-Themes. Das zeige ich nachher noch kurz. Damit arbeitet WordPress eben schon ein Grundsetup an Design der Webseite herzunehmen, zu installieren und sich daraus dann seine eigene Webseite zu bauen. Und da gibt es auch wirklich viele Anbieter, viele Anbieter, die diese Themes verkaufen und Usern die Möglichkeit geben, da schnell auf einen guten Stand an der Webseite zu kommen. Genau. Ansonsten auch wirklich viele Agenturen, Freelancer, die schnellen Support bieten. WordPress wird in 38 Sprachen unterstützt, also ist sehr über die ganze Welt gut verteilt, hat eine sehr hohe Benutzerfreundlichkeit und Anpassbarkeit im Backend, also ist von der Usability sehr gut und ja, wie gesagt, geeignet für fast alle möglichen Webcases, die man sich überlegen kann. Und WordPress hat eben auch noch den Vorteil, dass viele Anbieter, so wie Strato, One.com, es möglich machen, so eine 5-Minuten-Installation zu erlauben. Also, dass man wirklich das Setup des CMS sehr schnell machen kann. Springen wir mal rein in den Vergleich zu Typo3 und Joomla. Ich denke, das sind so die, die am ehesten noch in Frage kommen. Wie gesagt, WordPress Open Source, Quelloffen, stetige Weiterentwicklung, zahlreiche Plugins, die die Software oder das CMS wirklich nutzerfreundlich machen, intuitives Backend, das Grundsetup ist ohne Programmierkenntnisse nötig, möglich, das heißt, da kann man wirklich einfach sich eine WordPress-Seite installieren, auch wenn man was daran entwickeln möchte, wird mit PHP und MySQL gearbeitet. Also, da ist auch das Hosting sehr einfach. Und ansonsten ist es auch möglich, mit WordPress zum Beispiel Multisites oder Mehrsprachigkeit abzudecken. Da verliert dann WordPress aber schon ein Stück weit gegen Typo3. Denn, genau, im Vergleich, Typo3 auch Open Source, Quelloffen, hat deutlich weniger Extensions. Extension heißt das bei Typo3. und eine schlechtere Usability. Also, mit Typo3 muss man sich schon auskennen, man muss schon ein Stück weit Web verstehen und den Vorgang hinter Programmierung verstehen, damit man mit Typo3 sauber arbeiten kann. In Typo3, was da die Vorteile sind, ist zum Beispiel die ausgereifte Rechtevergabe. Also, man hat da mehr Möglichkeiten, die Zugriffsrechte zu steuern, auch was wir vorhin hatten, den Use Case über verschiedene Unternehmensabteilungen hinweg. Das funktioniert mit Typo3 etwas besser als mit WordPress, hat aber auch ein anspruchsvolleres Hosting zum Beispiel, also einen höheren Anspruch technisch an die Server, auf denen Typo3 läuft. Genau. Mehrsprachigkeit ist für Typo3 einfacher umzusetzen. Das heißt, wenn man sagen möchte, man hat eine Webseite, die in 12 oder 20 Sprachen verfügbar sein soll, dann geht man meistens nicht auf WordPress, denn da kann man nur mit Extensions oder Plugins arbeiten, um Mehrsprachigkeit abzubilden. Da wäre dann zum Beispiel ein Typo3 geeigneter. Aber man muss sagen, WordPress kann man von kleinen bis großen Projekten machen und Typo3 sind immer gleich so mittelgroße bis große Projekte, weil eben das Grundsetup schon aufwendiger ist. Genau. Jumla im Gegensatz, da vielleicht noch kurz drauf eingegangen, auch quelloffen, kostenlos wird. Nach WordPress ist es das zweitbeliebteste CMS, kämpft aber damit, dass sie quasi nicht den großen Marktanteil haben, es deswegen nicht die große Community darum gibt, nicht so großen Support gibt. Es gibt weniger Agenturen, Freelancer, die damit arbeiten. Das heißt, die Abdeckung im Falle einer Unterstützung, die man jetzt im Unternehmen braucht, auch zur Pflege des CMS ist da schwieriger und es hat auch eine schlechtere Usability als zum Beispiel WordPress. Dafür ist dort auch die Benutzerverwaltung und Rechtevergabe deutlich besser, da das nämlich vom Anfang an in der Entwicklung von Jumla besser oder einen stärkeren Fokus hatte. Genau. Es gibt bei Jumla das vielleicht noch auch diese Templates, dass man sagen kann, man installiert sich ein Template so wie bei WordPress und setzt darauf die Webseite auf, aber da natürlich auch einen deutlich kleineren Markt als bei WordPress. Genau. Mehrsprachigkeit ist im Kern integriert, das heißt, da ist Jumla auch stärker als WordPress, wäre also für ein kleineres Projekt, was in vielen Sprachen laufen soll. Wahrscheinlich eher der Hinweis zu sagen, man geht auf Jumla statt auf WordPress und also alles, was so zwischen Typo 3 und WordPress in der Projektgröße ist, da ist es dann geeignet, wenn es um Mehrsprachigkeit geht. Genau. Vielleicht mal kurz ein paar Plugins, um das zu zeigen, was man wirklich alles mit WordPress dann an Use Cases erweitern kann. WooCommerce ist zum Beispiel ein sehr starkes Plugin, und damit kann man eine komplette E-Commerce-Lösung abbilden. Es gibt viele Online-Shops, die mit WooCommerce laufen, das heißt, die auf Basis von WordPress ihren Shop aufgebaut haben. Da ist ein komplettes Abrechnungssystem mit integriert, da ist ein Versandsystem auch mit integriert, dass ich sagen kann, das kann ich an mein Warenwirtschaftssystem anbinden, etc. Also da ist bei WooCommerce viel Musik drin, vielleicht nicht so ganz wie mit Shopify, das ist dann nochmal spezialisierter, aber so kleine Online-Shops oder so sind damit durchaus umsetzbar. Auch ein großes Thema SEO, SEO-Optimierung, wie kriege ich meine Seite SEO optimiert, da unterstützt das WordPress-Plugin Yoast. Das kann eigentlich sehr viel in so wirklich an, also wenn man keine Erfahrung hat, da an die Hand geben und sagen, optimier den Text, optimier das Bild, Meta-Descriptions fehlen, etc. Das weist wirklich darauf hin, wo was fehlt und ist eigentlich ein sehr guter Einstieg in die SEO-Optimierung seiner WordPress-Seite. Damit kann man echt die Basics anfassen. Genau. Und zum Beispiel die anderen beiden jetzt noch, jetzt nicht so extrem, extrem, aber Mesh-Share zum Einbinden von Social Links sehr einfach oder Back-WP-Up, also sein WordPress-Backup machen. Da gibt es auch ein Plugin, was mir erlaubt, relativ schnell auf meinem Server ein Website-Backup zu machen, was vielleicht bei einer statischen Webseite, die ich baue ohne CMS, auch ein größeres Projekt wäre. Genau. Nachteile, die mit WordPress daherkommen, durch die große, durch den großen Marktanteil, durch die große Community, entsteht natürlich auch eine gewisse Angriffsfläche für Hacker. Das heißt, man muss da wirklich schauen, also es gibt immer wieder Hacker-Angriffe auf WordPress. Das ist, das kann man überall auch nachlesen. Deswegen gibt es auch immer wieder viele Sicherheits-Updates, was da mit herkommt, dass man sagen muss, man muss WordPress wirklich, muss man am Ball bleiben und immer wieder updaten. Mit den Updates kann es passieren, dass dann einige Plugins erst zwei, drei Tage später abgedatet werden und somit zwischenzeitlich Funktionalitäten eingeschränkt sind. Also man muss da schauen, dass man da am Ball bleibt und die Seite pflegt. Also WordPress eignet sich wirklich für jemanden, der eine Webseite nutzt, dort häufig oder häufiger Content ändert, bereitstellt, Blogbeiträge zum Beispiel und aber auch dahinterher ist, die Seite abzudaten. Genau. Und durch die Vielzahl an Plugins kann es manchmal passieren, dass es eine Wechselwirkung zwischen Plugins gibt, da die eben Funktionalitäten der Seite darin programmiert sind. Habe ich jetzt selbst noch nicht erlebt, schon zahlreiche Plugins installiert, hatte aber noch keine Probleme, dass da irgendwie sich mal Plugins gegenseitig behindert haben. Aber das auch noch als Nachteil, der mit reinstehen kann. Plugins kann man auch selber programmieren, das vielleicht noch als Hinweis, wenn man da eben einen besonderen Use Case hat, wo man jetzt nichts findet, was abgebildet ist, kann man sich da auch rein fuchsen sozusagen und ein eigenes Plugin bauen für WordPress. Genau. Ich würde mal noch das für einen kleinen Blick reinwerfen. Ganz interessant, wie das dann aussieht. Moment, jetzt geht das freigeben nicht. Ich komme leider nicht auf das Fenster. Also im Test vorher hat es noch funktioniert. Nein. Für ein freigeben. Ah, jetzt hat das einen Moment gedauert. Okay. Ja, sieht gut aus. Schaut gut aus. Ja. Ja. Perfekt, genau. Genau. Wie erreiche ich das CMS? Letztendlich logge ich mich über eine Maske im Web ein, also wie bei zahlreichen Tools ähnlich gehandhabt, meistens über die Domain slash WP Admin. Moment, jetzt ist es wieder weggesprungen. Funktioniert es? Zeilen noch? Ja. Genau, funktioniert, ja. Bitte erlauben Sie den Zugriff für Ihr Gerät, steht jetzt hier. Okay, jetzt sind wir wieder soweit beim Login von WordPress. Moment, ich habe hier gerade ein Fenster, die aufploppen. Also man sieht mich noch, oder? Ja, alles klasse. Okay. Wenn ich mich einlogge, komme ich, das ist in mein Backend von WordPress, relativ schlicht am Start und es füllt sich dann, je nachdem, wie viel Funktionalität ich letztendlich auf die Seite bringe. Am Anfang habe ich hier mein Dashboard, wo ich verschiedene Plugins hinterlegen kann, zum Beispiel bei WooCommerce kann ich dann sehen, wie ist der Status meiner Verkäufe oder kann sehen, wie ist mein SEO-Status. Das kann man sich pflegen und hat dann so quasi beim Login gleich mal einen Blick da rein. Genau, ich gehe mal auf Design-Themes. Das ist der Kern, wo ich letztendlich starten kann und meine Seite designen kann. Ich kann über ein neues Theme hinzufügen, komme ich in einen Store sozusagen, wie so ein Design-Store, wo ich einige Templates mir runterladen kann. Da gibt es kostenlose, man kann aber auch eigene Teams hochladen. Da kann ich dann die hochladen, die ich zum Beispiel gekauft habe, irgendwie über Envato Market, ohne jetzt Werbung zu machen und kann dort quasi mein Grund-Setup an Webseite installieren. Genau. Über Plugins hier in der linken Spalte steuere ich eigentlich so ziemlich alles, habe ich eine Übersicht über meine ganzen Plugins, die ich auf der Seite verwende. Kann hier auf Installieren gehen und komme dann in den Plugin-Store sozusagen, wo ich dann durchsuchen kann und kann sagen, ich brauche zum Beispiel eins für SVG-Support, wenn ich SVGs einbinden möchte auf der Webseite statt Bilder und finde dann alle Plugins, die mit SVG zu tun haben. Sehe Bewertungen darunter, kann mir dann mit einem Klick darauf nochmal Details dazu anschauen, aus Screenshots, wie ist es eingebunden, sehe die Bewertungen dazu nochmal und kann dort mich einlesen und das wirklich dann mit einem Klick auf jetzt installieren, zu meiner Seite hinzufügen, um es dann einzubinden. Meine Medien verwalte ich hier unter der Mediathek, habe dort Zugriff auf alle meine Bilder, PDFs, Videos, alles, was ich auf der Seite teilen möchte, kann ich dort hosten, hochladen und auch teilweise bearbeiten, also da ist WordPress mittlerweile auch sehr weit, ich sage, kann auf Bild bearbeiten und kann es dann zum Beispiel den Ausschnitt ändern, das dauert gerade ein bisschen, genau, kann hier den Ausschnitt ändern, kann es zum Beispiel schon so zuschneiden, auch ein gutes Werkzeug, wenn ich irgendwie spezifische Formate auf meiner Webseite benötige. Der Kern der Webseite sind natürlich die Seiten, auf denen ich den Content habe, ich gehe jetzt da mal kurz drauf und habe hier diese ganzen einzelnen Webseiten, die alle entweder eine Seite im Hauptmenü sind oder eine verlinkte Seite, ich gehe jetzt mal bei uns auf die Startseite, um da mehr zu zeigen. Genau, kann die dann eben hier einfach eine Liste meiner Seite und kann die aufrufen über bearbeiten und komme dann in die Ebene darunter, wo ich dann die Seite wirklich einfach bearbeiten kann. Vorteil bei WordPress, ich muss da gar nicht viel können, das ist wirklich kein Verständnis für Programmierung haben, sondern es gibt auch die sogenannte Frontend-Editors oder Page-Builder, heißt es bei WordPress gibt es auch zahlreiche, womit es mir möglich ist, meine Seite zu bearbeiten, ohne wirkliche Kenntnisse in HTML-Programmierung oder Seitenprogrammierung zu haben. Wir haben jetzt hier den WP, also WordPress Bakery Page-Builder, damit kann ich eben wirklich sehr einfach reingehen und kann meine Seite bearbeiten, das heißt, wenn ich hier einen Textbereich habe, klicke ich einfach auf den Stift und komme da in das Textfeld und kann dort Texte ändern. Das ist wirklich auf einem sehr einfachen, intuitiven Weg möglich. So baue ich mir letztendlich meine Seite auf. Also das ist dann, kann man hoffentlich gut sehen, aus der Programmierung mit Containern, die ich habe, Diff-Container, das sind die Zeilen, die ich hier eben starte und setze dort Elemente rein, die dort angezeigt werden sollen. Also Elemente wie zum Beispiel ein Bild, ein Text, Video, Icons, etc. Das heißt, kann mir wirklich von Grund auf einfach meine Seite programmieren, gehe auf Hinzufügen einer Zeile und kann dort dann in einen, was ist nicht, einen Textbereich hinzufügen, den ich dann einfach bearbeiten kann mit mein IHK-Webinar, ohne es jetzt in die Länge zu ziehen und habe dort dann schon mein Element bearbeitet. Genau, das Ganze sind, kann ich dann veröffentlichen, aktualisieren und lande dann auf meiner letztendlichen Seite, die ich quasi verändern wollte oder bauen wollte. Das war jetzt hier bei uns die Startseite, ich habe jetzt nur eine Vorschau gemacht, nicht unsere Startseite aktualisiert, aber da können wir dann hier unten sehen, dass wir da den Text eingefügt haben. Ja, IHK-Webinar ist dort gelandet. Genau, über den Page Builder habe ich auch noch die Möglichkeit, in einem sogenannten Frontend-Editor zu gehen, das heißt, das ist dann noch eine Stufe einfacher, ich kann dann wirklich in dem, wie ich die Seite letztendlich auf meinem Computer sehe, anfangen, die Elemente umherzuschieben und zu bearbeiten und kann, wie ich es vielleicht aus dem Website-Baukasten, wie Wix zum Beispiel oder Jimdo kenne, mit den Elementen da einfach hantieren. Genau, jetzt lädt es ein bisschen länger. Okay, dann gehen wir mal rüber. Vielleicht nochmal zurück zu dem Just SEO, das ist vielleicht noch, um die Journey auch noch zu Ende zu denken. Ah, jetzt sieht man es, genau. Also ich kann jetzt dann hier, wie gesagt, habe ich so einen Editor, wo ich ganz einfach in Texte gehen kann und die hier live in dem, wie ich sehe, ändern und anpassen kann. Genau, also sehr userfreundlich, einfache Usability. Ich gehe nochmal einmal auf Seiten zurück und springe nochmal kurz auf eine Seite, dann bin ich auch schon fertig und sehe dann hier unten nochmal zu dem Just SEO, also wenn ich dann meine Seite gebaut habe, Plugins installiert habe, Medien hochgeladen habe, habe eine Seite gebaut, Unterseiten verlinkt, kann ich in die SEO-Optimierung gehen und hier hilft mir dann mein SEO-Plugin, da wirklich sehr einfach die Basics anzupassen. Also ich kann hier meine Meta-Descriptions bearbeiten, direkt in der Seite, kann dort die Lesbarkeit optimieren und eben dort auch Bilder hinterlegen, die ich dann haben möchte, wenn ein Link geteilt wird, etc. derartige Sachen, einfach handeln über verschiedenste Plugins. Genau, ich würde jetzt mal das Teilen beenden. Wir können einfach zurück auf die Folie gehen oder wollten Sie noch was zeigen zusätzlich? Nee, ich würde nichts mehr zeigen. Also das von WordPress war es das jetzt aus dem Backend. Gut, dann gehen wir zu den Fragen über. Herr Simon, sind Sie auch wieder im Bild sozusagen mit beendetem Screensharing? Ja. Okay, gut. Vielen Dank auch an Felix Simon. Es sind ein paar Fragen aufgelaufen, die Sie gerne beide beantworten können. Eine Frage war, renovieren oder ganz neu einrichten? Das ist so wahrscheinlich nicht allgemeingültig beantwortbar, aber nach was für Kriterien könnte man sagen, jetzt lass ich es lieber und mach eine ganz grüne Wiese und fang von neu an. Herr Ortega? Ja, also ich würde sagen, Sie müssen sich den Aufwand anschauen. Wenn Sie, also einmal ist die Frage, ist natürlich der Umfang. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt beim Renovieren vielleicht vier Seiten mit den Problemen und vier Funktionen und wenn ich das renovieren, habe ich auch die Probleme und ja, da muss ich jetzt vielleicht hier 100 Euro bezahlen und da nochmal in die Software investieren, dann können Sie sich das überlegen. Wenn jetzt natürlich rauskommt, ja, das Ganze ist jetzt so asperg-uralt, dass sich da, dass das alles sprengt, alles Neues, dann sollte man, ist es in der Regel billiger. Aber ich sage es ganz klar, es ist immer die Größe des Ganzen. Also ich hatte, wir hatten auch schon Kunden, die zum Beispiel Bibliotheken hatten, also Online-Bibliotheken mit insgesamt 60.000, 70.000 Seiten und die kopieren Sie natürlich nicht so schnell in ein neues System rüber oder ziehen das mal schnell um. Also es ist, wie sagt der Jurist, es kommt drauf an. Okay. Herr Simon, auch eine Einschätzung dazu, wann renovieren, wann neu einrichten. Genau. Ich würde auch sagen, kommt immer auf den Use Case drauf an, wenn man eine kleine Seite hat, die vielleicht schon auf einem CMS läuft und man möchte sich da nur nach einem neuen umschauen, ist es vielleicht gut zu gucken, wie kann ich die renovieren oder ein anderes CMS dahinter spielen. Auch eine Frage, wie viele Daten sind da drauf, wie kann ich die Daten transportieren, kriege ich die in das neue CMS einfach rein. Ansonsten bin ich grundsätzlich ein Fan vom Neueinrichten und auch überdenken, macht die Inhaltsstruktur oder machen die Inhalte, die ich darauf bereitstelle, so Sinn oder gibt es da auch eine Möglichkeit, das nochmal anzupassen, zum Beispiel und zu sagen, sortiere ich aus oder überlege mir da nochmal was Neues in dem Aufbau, Seitenaufbau. Das ist immer ein ganz guter Case bei der Website, Neuaufbau, das auch mit zu bedenken. Dann war eine Frage, da hat sich einer selbst als Neandertaler bezeichnet, ich meine, ist wahrscheinlich so zu interpretieren, dass man kein IT-Fachmann ist, da haben Sie, Herr Simon, vorher gesagt, WordPress ist in fünf Minuten installiert, schafft es auch jemand ohne größeren IT, ohne größeres IT-Know-how? Genau, also es gibt von einigen Anbietern, von einigen Hostern, Web-Hostern, dass die Möglichkeit zu sagen, man macht eine One-Click-Installation, die gibt es zum Beispiel bei One.com und ich glaube auch bei 1&1 und kann dort sagen, wirklich One-Click und dann wird die WordPress-Instanz einmal aufgesetzt auf dem Webserver und dann hat man das Dashboard oder sieht das Backend, was wir eben uns angeschaut haben und kann dann anfangen mit Seiten erstellen und dort loslegen. Alles andere ist aber auch nicht schwer, da braucht man dann vielleicht ein bisschen eine Sicht auf den Server, muss das mal gesehen haben, dass man dann eben die WordPress-Installationsdatei hochlädt und das einmal installiert, da machen es einem aber die Hoster relativ einfach. Also ich würde sagen, dass... Mein Tipp wäre noch, gehen Sie auf YouTube und geben Sie ein WordPress-Installieren oder sonst irgendwas, je nachdem, es gibt da Schlechte und Gute, aber es gibt da auch tolle Inhalte, wo sie Step-for-Step durchgeführt werden. Klar, gibt auch nicht so toll, aber oft hilft das, auch den Eandertalern. Okay. Und man hat ja dann WordPress erst mal installiert und dann geht es ja weiter, muss ich natürlich mit der Software auch noch vertraut machen. Dann war die Frage, nach der größtmöglichsten Gestaltungsfreiheit, wenn ich WordPress nutze, wenn ich also wirklich neu beginne, habe ich da wirklich ein Maximum an Flexibilität oder anders formuliert vielleicht, was kann ich out of the box machen und wo brauche ich dann doch einen Experten dazu? Also, ich würde sagen, dass grundsätzlich bei WordPress die Türen in viele Richtungen offen sind und man wirklich sehr großen Gestaltungsfreiraum hat. Wie wir vorhin, was ich vorhin schon gesagt hatte, mit der Mehrsprachigkeit, das sind zum Beispiel so Themen, da wird man dann irgendwann an seine Grenzen kommen. Da arbeitet man da mit Plugins und versucht es abzudecken. Das funktioniert auch ein Stück weit ganz gut, wenn es dann aber sehr komplex wird mit Multipages und Mehrsprachigkeit. Kommt man vielleicht an den Punkt, dass man sagt, da hätte sich ein anderes System besser geeignet und hat dann dort nicht so viel Gestaltungsfreiraum. Ansonsten ist bei WordPress aber eigentlich so gut, wie wenn man jetzt in Richtung Gestaltung und Websiteumfang denkt, so gut wie alles möglich. Dann war die Frage öfters nach Responsive Design, also auf Deutsch für mobile Endgeräte, wie muss ich mich da drum kümmern? Also das ist vielleicht auch eine Frage nach dem Content Management System, wenn ich gar kein Content Management System habe, viele verschiedene Endgeräte bedienen, ist ein bisschen schwieriger. Helft da ein Content Management System und gibt es da welche, die besonders auf mobile Anzeigen ausgerichtet sind, Herr Ortega? Ja, eigentlich sind die Content Management Systeme machen es da ein bisschen einfacher, vor allem für den technischen Laien. Man muss sagen, die aktuellen Systeme, ich kann jetzt hier keines empfehlen, aber wenn man die neuesten Versionen der Content Management Systeme wählt, dann sind, und auch da die neue Software nimmt, dann sind eigentlich die alle mittlerweile recht mobilfreundlich, weil ja das Thema jetzt schon, seit ich würde sagen, fünf oder zehn Jahren schon präsent ist und also das macht es einen ein bisschen leichter. Jetzt speziell bei WordPress gibt es ja unterschiedlich die Themes, die dann die Außenwirkung ja wirklich definieren, das heißt, da muss man vielleicht schauen, welches Theme nimmt man, was dann auch wirklich mobil optimiert ist und seinem eigenen Bedürfnis entspricht. Herr Simon? Genau, ich glaube, dass gerade die Themes eine gute Zeitersparnis sind, wenn man über Responsive nachdenkt oder wenn man seine Website Responsive baut, weil die eben schon in alle Größen programmiert sind und man verschiedene Views hat, die man sich auch vorher schon anschauen kann für Mobil, Desktop oder Tablet und hat dort das schon vorgefertigt. Das heißt, man muss da nicht viel programmieren und kann da auf dem einfach aufsetzen. Das ist eine gute Zeitersparnis. Eine Frage, weil ich habe mich jetzt für ein Theme entschieden und sage mir dann, in 14 Tagen, ich würde es dann doch gar nicht wieder wechseln. Wie ist das, wenn man einfach so ein Theme austausche? Funktioniert es dann gleich wieder sofort? Also die hängt von der Komplexität der Themes ab. Grundsätzlich ist es so, dass sich die Seiten, die ich gebaut habe mit Inhalt, die bleiben bestehen und da wird quasi ein neues Design drüber gelegt. So kann man sich das vielleicht vorstellen, dass die Inhalte in der Datenbank liegen und darüber wird einfach ein Design gelegt und das ist dann quasi das, was ich sehe und dieses Design kann ich tauschen, aber natürlich interpretiert jedes Design die Daten darunter anders. Das heißt, es kann dann sein, dass die Bilder und Texte verschoben sind oder an einer anderen Position, weil eben das Design, das Theme, was ich drüber gelegt habe, das anders interpretiert. Das heißt, ein Theme-Wechsel grundsätzlich möglich, auch mit Datensatz, also mit vollem Datensatz, aber da muss man sich dann bewusst sein, da wird man wahrscheinlich nochmal eine gewisse Zeit reinstecken, vielleicht ein, zwei Tage, dass man das durchschaut, ob alles noch passt und stimmt, je nachdem, wie stark sich die Teams unterscheiden. Wollt ihr noch was ergänzen, Herr Ortega? Ich würde nur sagen, lieber am Anfang ordentlich die Antworten anstecken, andere Sachen als, ja, jetzt wechseln wir mal hier und da ein anderes System. Okay. Ein Tipp aus der Chat-Leiste ist, um zu überprüfen, ob es responsive ist, dass man einfach den Browser verkleinert und guckt, wie denn dann die Umbrüche sind und solche Dinge sich entwickeln, dass das so ein Indiz ist. Ja, das ist schon am Anfang. Genau. Dann war eine Frage nach der Bildbearbeitung. Da ist auch ein Tipp aus dem, aus der Chat mit dem Programm Irrfahren-View. Ich benutze ganz gerne GetPaint. Das sind so zwei günstige, leistungsfähige Bildbearbeitungsprogramme. Was setzen Sie ein, Herr Ortega, als Bildbearbeitungsprogramm? Kommt drauf an, für was, was man machen möchte. In der Regel haben wir auch Open Source, Gimp gibt es. Es gibt natürlich für viele Leute auch den großen Photoshop, aber für die einfachen Website-Bearbeitungssystemen, ich kann Gimp noch empfehlen, wenn es einem etwas mehr sein soll, aber sonst, was gerade gesagt wurde, GetPaint oder Irrfahren-View, warum nicht? Okay. Dann war eine Frage nach Baukasten. Wix, der Wix-Baukasten ist weit verbreitet. Haben Sie da Erfahrungen damit, wie man das einschätzen kann? Ich glaube, ist nicht schlecht. Klar, man hat, man muss einmal bezahlen, in der Regel, wenn es gescheit sein soll, an diese Baukastenfirmen, an Wix, oder es gibt ja ganz viele. Vorhin hatte ich einige gezeigt. Und man ist ein bisschen unfreier, wenn Sie sagen wollen, jetzt will ich noch das haben oder das Design nicht so, da sind Sie natürlich von dem Anbieter abhängig. Aber grundsätzlich für jemanden, der es vielleicht noch einfacher haben will, muss man sagen, die Baukästen, kein nicht so schlecht aus meiner Sicht. Da stellt sich immer die Frage nach der Datenschutz-Grundverordnung. Das ist etwas, was wir am 9.6. aufgreifen wollen. Mit meiner Kollegin, der Rita Bottler, da geht es speziell um das Thema Datenschutz von Websites und von Online-Shops. Da beleuchten wir das mal ganz genauer, wie denn das ist und was denn da so vielleicht an Details zu beachten ist. Dann ist noch die Frage, ob man einen Webhoster empfehlen könnte. Es sollten jetzt eigentlich weniger Produktnamen sein, sondern auf was sollte ich denn bei einem Webhoster achten? Ich weiß nicht, Entschuldigung, was muss ich sagen, es gibt ja so viele Webhoster, also selbst bei Namen wäre es schwierig, weil dann sagen Sie mir 20 andere, die genau das Gleiche können. Also ich würde darauf achten, dass die aktuelle Software verfügbar ist. Also ganz konkret sind das in der Regel PHP-Versionen. Dann würde ich immer beim Webhoster auch ein bisschen auf den Support schauen und auf die Ausfallzeit geht. Wenn da was schief geht, erreiche ich da schnell jemanden und klassischerweise sind dann so Sachen, Anzahl an MySQL-Datenbanken, Speicherplatz und was auch ein wichtiger Punkt ist, da kann man auch recherchieren, ist in der Regel ein bisschen die Geschwindigkeit des Webhosters. Das heißt, wie schnell laufen die Server? Und was Herr Kuck natürlich sagt, was gern vergessen wird, Datenschutz. Also ich würde eher europäische oder deutsche Firmen nehmen, auch wenn man hier mal eine deutsche Nummer nählen kann, anstatt irgendwie billig asiatisch oder amerikanisch. Dann war eine Frage nach der Sicherheit von WordPress. Wie gut kann ich mich denn drauf verlassen oder wenn ich es installiert habe, ist es dann gleich sicher oder muss man da noch ein bisschen genauer hingucken? Herr Simon. Also grundsätzlich, also wenn man WordPress Plain installiert und dort immer die aktuellste Version fährt, ist es eigentlich recht sicher. Spannend wird es dann, wenn man viele Plugins dazu holt. Da muss man auch schauen, dass man die Plugins immer wieder aktualisiert und dort die neuesten Versionen hat, weil immer wieder kann es dazu kommen, dass dort dann eben Sicherheitslücken entstehen. Und das sind eigentlich die meisten Einfallschleusen in die WordPress-Systeme. Das heißt, da würde ich schauen, auch mit, wenn es sehr spielerisch oder sehr interessant ist, viele Plugins da reinzunehmen, das möglichst schlank zu halten und die eben noch updatebar zu machen und schauen, dass ich die Seite schlank habe und dann ist sie auch relativ sicher. Wir hätten jetzt noch ein paar Detailfragen, die schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Also meine Website ist zu langsam. Wie kann ich denn sicherheitstechnisch noch ein bisschen besser machen? Dann ist WordPress ein Programm, das man einfach so installiert. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde hinter uns. Ich beende jetzt dann das Webinar. Falls Sie noch detailliertere Fragen haben, können Sie sich gerne an Hanna Ortega und Felix Simon wenden. Es gibt in Münden oder auch an anderen Orten auch ein Meetup zum Thema WordPress, wo man dann auch hingehen kann oder jetzt gerade nicht, aber viele machen das auch virtuell, sodass man dann sich da auch dann mit Experten für seinen detaillierten Bedarf an WordPress interessieren kann. Ich danke Ihnen. Erstmal, wir haben noch eine Umfrage für Sie und zwar wollen wir noch wissen, was machen Sie denn jetzt eigentlich in der Zukunft? In der Zukunft wollen Sie einfach so weitermachen wie bisher? Wollen Sie eine neue Website aufsetzen? Oder ich brauche eigentlich keine Webseite. Also da bitte ich Sie nochmal zum Ende, um ein kurzes Blitzlicht auf das, was Sie in Zukunft vorhaben. Ah ja, das ist interessant. Das zeige ich Ihnen gleich. So, la la. Die Ergebnisse präsentieren. Dann sehen Sie jetzt hier, wir werden unsere Website mit einer neuen Software relaunchen. Ja, ungefähr ein Drittel oder 38 Prozent. Wir haben bisher keine Website und brauchen eine neue Website. Das ist ein Punkt, der häufig genannt wird und wir sind zufrieden und bleiben bei der aktuellen Website. Also ich hoffe, Sie haben die eine oder andere Anregung heute mitnehmen können. Eine Stunde geht ruckzuck rum. Wir haben als Pagmas digital vor, natürlich weitere Webinare zu machen. Wie schon erwähnt, am 9.6. geht es ganz explizit darum, um Datenschutz von Websites und Online-Shops. Davor haben wir zwei Webinare, eins am Montag zum Thema Storytelling. Also wie erzählen Sie Geschichten? Das heißt, wenn Sie dann eine Webseite haben, brauchen Sie auch ein bisschen Content und dieser Content soll Sie dann natürlich im besten Fall so emotional mitnehmen, dass Sie dann auch das tun, wofür Sie eigentlich die ganze Website machen. Und am 2.6. geht es um digitale Geschäftsmodelle. Gucken Sie einfach auf packmasdigital.de. Da finden Sie die Übersicht. Ich danke nochmal ganz herzlich Gregor Ortega und Felix Simon und natürlich Ihnen, die zugeschaut haben. Wollen Sie auch noch kurz Tschüss sagen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank an alle. Ich hoffe, wir konnten Ihnen etwas helfen heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne noch an mich wenden oder an Herrn Simon, wie gesagt. Und dann einen schönen Nachmittag Ihnen allen. Gerne. Genau, auch von mir vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Eindruck geben für WordPress, um es natürlich ganz zu zeigen oder zu zeigen, was da auch hinter steckt und was man alles mitmachen kann. Braucht es noch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen auch gerne bei weiteren Fragen nochmal auf mich oder Herrn Ortega zukommen. Wir zeichnen das Webinar auf, veröffentlichen wir dann auf YouTube und sagen dann auch über den Newsletter der IHK, wann denn das Video zur Verfügung steht. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen. Packen wir es digital. Haben Sie sich gewohlen.